Anke Johannsen, meine Damen und Herren. Sie haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, Tradition wird hier beim Niederrhein-Talk ganz groß geschrieben. Und Tradition hat es auch, dass unser dritter Gast ein Kulturschaffender vom Niederrhein ist. Das genau ist auch heute nicht anders. Er ist bald 33 Jahre alt, aber immer noch in der Kinder- und Jugendbuchabteilung der Stadtbibliothek zu Hause. Markus Grimm, Jahrgang 1979, hat von Mörs aus seine Medienkarriere gestartet. Als Sänger, Liedermacher, Moderator und Schriftsteller. Mit Grimms Märchen Reloaded fing alles an. In den vergangenen Jahren folgten drei Bücher rund um Flecky, den Marienkäfer mit Kuhflecken. Und Markus Grimm schreibt nicht nur, er liest auch vor. Entweder live vor Ort, zum Beispiel in Kindergärten, oder auf CD, als Hörbuch mit Musik. Seine Zielgruppe sind junge Menschen ab drei Jahren und bestimmt auch der eine oder andere 33-Jährige. Rund 200 Jahre ist es her, dass der erste Band von Grimms Märchen in Deutschland erschienen ist. Heute, im Jahre 2012, will uns ein Ur-Ur-Urenkel von Wilhelm und Jakob Grimm immer noch Märchen erzählen. Und das tut er heute Abend bei uns beim Niederrhein-Talk. Hier ist Markus Grimm. Schönen guten Abend. Bevor die Zuschauer jetzt denken, ich erzähle dir totalen Quatsch. Du bist tatsächlich mit den Gebrüdern Grimm verwandt. Direkt oder entfernt? Nicht der Enkel, sondern das ist der Ur-Ur-Ur-Neffe von der Jakob-Grimm-Seite. Am Zinken zu erkennen. Der andere Zinken wäre gerader. Und auf der Seite geht es mir so hugelig und wuchtig zu. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Märchen sind ja die Mittelalter-Variante von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Verbotene Liebe und Unter uns hast du einmal geschrieben. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das her? Das kommt mir so bekannt. Ja, genau. Im Vorwort von Grimms Märchen Reloaded. Erklär uns das mal. Also die Märchen werden wirklich dieses Jahr im Dezember 200 Jahre alt. Und ich finde, sie haben nichts an Aktualität verloren. Überhaupt nicht. Weil beispielsweise, wenn heutzutage Jan Hendrik seine Legos nicht in die Curverbox packt und deswegen nicht die Power Rangers im Fernsehen gucken darf, dann ist es doch genau das Gleiche, das, was die Supernanny da macht, wie die böse Stiefmutter, die hingegangen ist und gesagt hat, hier Prinzenparty und so, liebes Aschenpuddel, kannst du vergessen, erstmal hier die Linsen wegräumen. Und so wiederholt sich alles. Und ich muss auch wirklich sagen, eigentlich so Formate wie Supernanny und Co. sind viel, viel entspannter als das, was den Kindern damals vorgelesen wurde. Also wenn ich bedenke, ich bin froh, dass ich eingeschlafen bin, bevor, gerade auch bei Aschenpuddel, die Taube die Augen ausgepickt hat. Ja, das war brutal. Wirklich brutal. FSK 18 schon damals. Furchtbar. Das läuft ja mittlerweile bei dir ein bisschen anders. Deine aktuelle Buchfigur, beziehungsweise die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, heißt Flecki. Aktuell Fleckis Zirkus. Was sind das für Bücher? Sind das Märchen, Kinderbücher, Jugendromane? FSK 6 auf jeden Fall. 6, ja. Ja, ja, also das sind moderne Märchen und mir geht es halt sehr viel um Interaktion. Und das ist bei Flecki halt gegeben, weil ich habe mal so überlegt, dass ich selber und auch in meinem Familienkreis oder auch im Bekanntenkreis gar nicht so viele Leute habe, die darauf stehen, alles vorgekaut zu bekommen. Und bei Flecki, bei den Büchern geht es darum, dass die Kinder mitmachen müssen. Im ersten Teil verirrt er sich nach Frankreich mit einer Familie, die Urlaub macht. Und irgendwann erwacht natürlich das Heimweh und er möchte zurück. Und dann müssen die Kinder sich selber hinsetzen und wenn sie schon können, selbst seine Rückkehr schreiben oder auch malen. Und alle Bücher sind interaktiv angelegt. Auch das Kochbuch. Bei Flecki Speise beispielsweise dürfen die Kinder selbst Rezepte schreiben und es gibt heute Rezepte in dem Buch auch von Christian Rach oder auch von meinem eigenen Idol, wo ich so dankbar bin, als dieses Rezept kam. Das war ein Nachtisch von Brian May, dem Gitarrist von Queen. Und so habe ich mir mit dem Kinderbuch den Traum erfüllt, selber was zu schreiben und auch noch selber mit Leuten zu arbeiten, die ich selber sehr cool finde. Wie lange gibt es Flecki jetzt schon? Wir sind jetzt, wir haben 2012, ne? Ja. Puh. Da sind wir jetzt im dritten Jahr, 2010, ging es damit los. Die Idee gab es schon ein bisschen länger. Okay. Und jetzt sind wir gerade aktuell bei Fleckis Zirkus, das ist der aktuelle Teil. Und bei Universal Music, was meine Plattenfirma ist, da sind die beiden Hörspiele zu Reise und Zirkus erschienen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich auch sehr dankbar war für die Chance, weil da durfte ich mit elf verschiedenen Stimmen selber einsprechen. Und habe meinen Aufnahmeleiter im Studio in den Wahnsinn getrieben mit einem sehr hysterischen Eichhörnchen. Was hat Flecki so noch vor in Zukunft? Werden wir noch ein bisschen mehr von ihm hören und sehen und lesen vor allen Dingen? Ja, also das Schöne ist, Flecki ist sehr breit aufgestellt. Ich habe einen sehr lieben Kollegen, den Maik, das ist mein Grafiker. Ich kann halt nicht alles und bin froh, wenn man, ich stehe auf Verknüpfung, so heutzutage mit Facebook und sonst ist ja eh möglich, dass die Menschen sehr verknüpft leben. Und es ist schön, wenn andere Leute dann mithelfen, wenn man selber an gewissen Punkten nicht weiterkommt. Es gibt Flecki beispielsweise auch als Spiel fürs iPhone, weil ich gemerkt habe, dass die kleine Tochter von einem Kollegen viel besser mit dem iPhone umgehen kann als meine Mutter. Und da muss man dann sagen, wow, okay, wenn das so früh schon losgeht, dann gibt es da so ein paar Gratisspiele, um den Charakter da auch bekannt zu machen. Und es gibt ein Malbuch bald und ganz verschiedene Sachen. Es gibt immer wieder Lesungen, wenn die Zeit dazu reicht. Wir blicken also alle mal auf die Flecki-App im App Store demnächst, schauen uns das mal an. Ganz schlimme Töne. Ganz schlimme Töne, okay, da sind wir schon mal vorgewarnt. Was sonst noch so passiert im Leben von Markus Grimm und was er neben Flecki alles so ansteht, das erfahren wir gleich. Vorher geben wir nochmal einmal ganz kurz ab in die Werbung. Sie möchten, dass Ihre nächste Feier ein voller Erfolg wird? Dann ist der Party- und Buffet-Service der weit über die Grenzen des Niederrheins und des Rhein-Ruhr-Gebietes bekannten Frank-Schwarz-Gastro-Group der sichere Garant dafür. Dabei fängt unser Service schon bei der Planung an. Unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie in allen Fragen rund um Ihre private Veranstaltung. So ersparen Sie sich eine Menge Arbeit im Vorfeld, denn wir wissen, wie man eine Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, eine Kommunion, Konfirmation oder den runden Geburtstag in den eigenen vier Wänden oder in angemieteten Räumlichkeiten organisiert und durchführt. Unser Angebot reicht von der bodenständigen Küche bis hin zum ausgefallenen Fingerfood. Falls Sie es wünschen, bringen wir auch die passende Dekoration, Geschirr und Besteck, Tische und Stühle oder das Partyzelt gleich mit. Sie erleben und genießen, wir kümmern uns um den Rest. Sie erleben und genießen, wir kümmern uns um den Rest. Die jungen Sterne im Autohaus Mercedes Nühlen. Direkt an der A40. Ausfahrt Mörs Zentrum. Unsere Ausstellung steckt voller Überraschungen. Schauen Sie sich einfach mal um. Besuchen Sie unsere Ausstellung auf zwei Etagen. Durch gemeinsamen europaweiten Einkauf bieten wir Ihnen günstigste Preise. Bei uns bekommen Sie für Ihr Geld mehr als Sie erwarten. Kleierküchen an der Reepeländer Straße 2 in Mörs. Der Niederrhein-Talk wird präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Ihr starker Finanzpartner in Mörs, Rheinberg, Neukirchen-Flühn, Xanten, Alpen und Sonsbeck. Und da sind wir wieder zurück beim Niederrhein-Talk. Markus Grimm ist bei mir zu Gast auf der Bühne heute Abend. Mittlerweile sieben Jahre ist es her. Da gab es diese Pop-Stars-Casting-Show auf RTL 2, glaube ich. Ne, pro sieben. Pro sieben, ja. Und da bist du in die Band gewählt worden. Warst einer der Gewinner. Wie war die Zeit damals? Erzähl mal ein bisschen. Schnell und sehr schnell lebe ich. Das war auch gar nicht geplant. Ich habe nur die Mitteilung bekommen, dass Pop-Stars echte Musiker suchen würde. Was ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich war. Da habe ich gesagt, gehst du hin, machst du Werbung für deine Band und weist darauf hin, dass du als Songwriter bist. Und dann bin ich Erster geworden. Und das war so nicht geplant. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, jetzt machst du das halt. Und ich habe es nur als Job gesehen. Habe dadurch die Chance gehabt, dass ich halt rasantsch bekannt wurde. Was ich vorher halt ganz klassisch mit sieben verschiedenen Bands, die ich hatte, halt durchgezogen hatte. Ja, und so schnell ging das. Und das waren neun Monate, die ich dazu genutzt habe, mich zu positionieren. Und danach kamen Jahre, wo man erst mal genauso kämpfen musste wie davor und sich beweisen musste. Und das ist halt schön, wenn man es dann geschafft hat, sich zu beweisen. Also du konntest es als Startrampe ganz gut nutzen für all das, was danach gekommen ist. Ja, also es ist halt wirklich so, ich habe Leute kennengelernt, die ich nie kennengelernt hätte. Ich habe meinen Komponist, mit dem ich ganz viel zusammenarbeite, der hat meine Texte sehr schätzt, ist Richard Geppert. Der hat Nicht von dieser Welt für Save and Adul geschrieben. Und ich habe mit ihm viele Sachen erarbeitet. Ich habe meine Band jetzt auch wieder, mit der ich früher schon Musik gemacht habe. Aber es war halt wirklich so, man lernt Leute kennen, die man sonst nicht kennenlernt. Und es ist halt trotzdem das Verheizen von Talenten. Darüber habe ich mit Martin Casici halt auch ein Buch veröffentlicht zusammen. Aber heute bin ich wieder da und kann Sachen machen, die mich auch erfüllen, weil der künstlerische Anspruch mir halt schon wichtig ist. Gibt es ein aktuelles Casting-Format, was diesem künstlerischen Anspruch auch gerecht wird, was du siehst? Ja, da gab es eins. Und zwar ausgerechnet das, wo immer alle gesagt haben, gute Stimmen im Fernsehen interessieren nicht. Und das war The Voice, wo auch im Hintergrund ganz viele Freunde und Bekannte von mir gearbeitet haben. Wo ich dann auch gesagt habe, Leute, endlich mal die Kritik, die geübt wurde, aufgenommen und ein superschönes Format gemacht, wo wirklich gute Stimmen zu hören waren, ohne diese ganzen Skandale und der ganze Schwachsinn. Hat ja auch ganz gute Quoten gehabt, glaube ich. Beste Quoten, sogar besser als Herr Bohlen am gleichen Abend. Hast du noch Kontakt zu deinen alten Band-Kollegen? Teilweise, aber viel, viel Kontakt zu allen anderen, die auch so in den anderen Bands waren, weil man sich halt so ab und an mal auf Events begegnet und ja, man redet miteinander, man akzeptiert sich und lacht halt teilweise auch über Zeit, weil es gab auch viel Schönes, klar. Was ist ganz konkret daraus entstanden für dich heutzutage? Was steht an? Ganz konkret ist entstanden, dass ich es trotz der Sache geschafft habe, wieder ernst genommen zu werden, was halt über das Schreiben wiederkam, weil wenn man Musik anbietet, interessiert es halt keinen. Und ganz aktuell ist jetzt wirklich die Anfrage von eben auch Universal, was halt eigentlich meine damalige Plattenfirma war und auch jetzt die Hörspielplattenfirma. Und wir machen jetzt tatsächlich mit einem coolen Team, unter anderem mit dem Michael Grimm, der Bassist bei Extra Breit war. Verwandt? Über drei Ecken, er hat die gerade Nase und den dickeren Kopf. Mit ihm mache ich jetzt Grimm trifft Grimm, das ist sehr lustig. Das heißt, Michael trifft Markus, aber Michael und Markus treffen Jakob und Wilhelm. Und wir machen zusammen die Grimmplatte, eine Doppel-CD mit vertonten Märchen. Das heißt, Musik, Märchen drauf gelesen, daraus erwachsen Refrains, gesungene Passagen, wie das Rilke-Projekt damals. Und auch neue, märchenhafte Songs. Und es macht gerade tierisch viel Spaß. Und so hat man Hänsel und Gretel noch nie gehört. Und es ist auch gar nicht brutal, es wird auch FSK Null sein, weil wir haben echt mal so die Chance, entscheidende Passagen zu kürzen. Ausgehackte Augen wird es nicht geben. Keine Ausgehackten Augen. Wird man das dann auch live auf der Bühne zu sehen bekommen? Ja, also der Ablauf ist so geplant, wir wollen die Single mit dem ersten Märchen. Ende Mai, Anfang Juni wird die erscheinen. Okay. Und dann wird es so sein, das Album kommt als Doppel-CD im September ganz normal in den Handel. Und auch dann wird es eine Tour geben durch Schlösser und auch auf Theaterbühnen. Weil es ist ein 60-Minuten-Programm, wo wir fünf ausgewählte Märchen plus drei Songs spielen werden und auch in diese verschiedenen Rollen schlüpfen. Also Michael und ich werden auch Marktfrauen spielen, weil die Gebrüder Grimm haben ja nur gesammelt. Sie haben ja, also im Prinzip, das soll es nicht schmälern, sie haben das für die Ewigkeit haltbar gemacht. Aber sie haben halt an die Türen geklopft und haben gesagt, hör mal Mütterchen, erzähl mir, was ging da ab damals? Wie bringst du dein Kind ins Bett? Du erzählst ihm von ausgehackten Augen, dann schläfst du gut. Super, schreibe ich auf, nehme ich mit. Und so sind die ganzen Märchenbücher entstanden. Und so machen wir das heute auch. Und es wird eine sehr lustige Tour werden. Und da geht es im September halt mit los. Und vorher, wie gesagt, die Single. Und mit Flecky gibt es auch Events, die geplant werden, wo wir ganz viel machen werden. Und ja, viel unterwegs und sehr, sehr viel Spaß dran auf jeden Fall. Hört sich nicht so an, als würde er langweilig werden in den nächsten Monaten. Nö. Gut, dann viel Erfolg für die nächsten Monate. Wir sind sehr gespannt. Vielen, vielen Dank. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute Abend bei uns gewesen bist. Danke, dass ich da sein durfte. Bei uns geht es natürlich jetzt weiter mit Musik. Zum dritten Mal heute Abend auf der Bühne Anke Johansson. Mit dabei hat sie den aktuellen Titel Greif nach den Sternen. Wie viele Zeichen musst du sehen? Wie viel Zeit muss vergehen? Tag und Nacht ticken Uhren, du bist dran. Tag und Nacht, die Erinnerung fang an. Tag und Nacht, die Erde dreht sich still nach ihrem Mars. Du drehst dich mit ihr nur um Mars. Greif nach den Sternen, was du nicht weißt, kannst du lernen. Setz die Segel, stich in den See und nutz den Wind. Was du sehen kannst, kannst du schaffen. Auch die unmöglichen Sachen. Schläge die Flügel aus und flieg. Das Leben zeugt dir sein Tribut. Denn keiner ist so wie du. Immer mehr willst du wissen, was es ist. Immer mehr willst du wissen, wer du bist. Alles ist recht, was dich am Leben hält. Und zweifel in den Schatten stellt. Greif nach den Sternen. Was du nicht weißt, kannst du lernen. Setz die Segel, stich in den See und nutz den Wind. Was du sehen kannst, kannst du schaffen. Schick die Flügel aus und flieg. Greif nach den Sternen. Greif nach den Sternen. Weißt du nicht, was kannst du lernen. Setz die Segel, stich in den See und nutz den Wind. Was du nicht weißt, was du nicht weißt. Was du nicht weißt, was du nicht weißt. Was du nicht weißt, kannst du schaffen. Auch die unmöglichen Sachen. Schick die Flügel aus und flieg. Na, 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 na. Das war Anke Johannsen. Wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute Abend hier gehört haben, dann sollten Sie sich ganz dringend den 10. Mai vormerken. Da werden wir Sie nämlich zusammen mit Ihrer Band in Krefeld live sehen können. Mehr Informationen über die Band und vor allen Dingen zu der aktuellen CD, es war einmal, gibt es auf der Homepage der Band. Die heißt www.ankerjohansenband.de Die Zeit ist heute wieder umgegangen wie im Fluge. Das war sie schon, die dritte Ausgabe von Ihrem Niederrhein-Talk hier aus der Kundenhalle der Sparkasse am Niederrhein. Bleibt uns nur noch, uns zu bedanken. Zum einen bei Ihnen, unserem Publikum, zum anderen bei unserem heutigen Gastgeber der Sparkasse am Niederrhein. Wir haben uns hier wieder richtig wohl gefühlt. Vielen Dank dafür. Doch was ist so eine Sendung ohne Ihre Gäste? Die waren einmal mehr großartig heute Abend. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Hanna Fenger, Dr. Georg Berns und Markus Grimm. Dankeschön. Wenn Sie wollen, sehen wir uns auch bald wieder. Dann mit der vierten Ausgabe hier aus der Kundenhalle der Sparkasse am Niederrhein. Und ich bin mir ganz sicher, Sie werden wieder mit dabei sein. Das hoffe ich doch sehr. Wir sind durch. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zum letzten Mal den Music Act für heute Abend anzukündigen. Sie kennen sie ja bereits schon. Ein allerletztes Mal heute Abend live für Sie auf der Bühne. Anke Johansson. Und im Gepäck hat Sie passenderweise Wiedersehen. Machen Sie es gut. Tschüss. Wiedersehen. Wusstest du's? War es dir klar? Konntest du noch Abschied nehmen? War es ungewollt oder ganz nach Plan? Die Hoffnung trocknen meine Tränen. Liebe, sagt man, sei viel stärker als der Abschied. Ein letztes Mal dein Licht noch sehen. Ein letztes Mal noch vor dir stehen. Wenn's sein muss, lass ich dich jetzt gehen. Loslassen ist ein Teil vom Leben. Bin hier, um dir den Weg zu umebenen. Versprich, dass wir uns wiedersehen. Ich hab keine Angst. Ich vergess dich nicht. Ich kann das Liebesband nur spüren. Und wenn es mal zu schmerzhaft wird, komm vorbei hier an meinen Träumen. Liebe, sagt man, sei viel stärker als der Abschied. Ein letztes Mal dein Licht noch sehen. Ein letztes Mal noch vor dir stehen. Wenn's sein muss, lass ich dich jetzt gehen. Loslassen ist ein Teil vom Leben. Bin hier, um dir den Weg zu umebenen. Versprich, dass wir uns wiedersehen. Ein letztes Mal dein Licht noch sehen. Ein letztes Mal noch vor dir stehen. Wenn's sein muss, lass ich dich jetzt gehen. Loslassen ist ein Teil vom Leben. Bin hier, um dir den Weg zu umebenen. Versprich, dass wir uns wiedersehen. Versprich, dass wir uns wiedersehen. Der Niederrhein-Talk wird präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Ihr starker Finanzpartner in Mörs, Rheinberg, Neukirchen, Flühen, Xanten, Alpen und Sonsbeck.